so leute ist er wieder heute ein thema rasen sprengen im winter und sommer da möchte ich euch mal kurze ausführungen machen und momenten telefon muss man gucken hier hallo hallo was willst du störst mich ich mache jetzt hier aufnahme nein nein keine notaufnahme bin ich in einem krankenhaus ist alles in butter mache nur aufnahme wie was sollte ich dich anrufen wie wann war das ihr sagt nächste donnerstag ja weiß ich weiß ich wie aber dann war schon dreimal nächste donnerstag da ist ja jetzt problem da kann ich ja wenn ich jetzt sagen nächste donnerstag geht ja nicht das war ja schon dreimal dann ja was macht man jetzt hier ja wie machen oh das ist ganz einfach weiß ich rufe dich an nächste freitag das geht weiß ja weil donnerstag nächste geht nicht aber nächste freitag so weise bescheid ok fertig auf wiederhören fertig ja ja mach ich möchte tschüss so da bin ich wieder das habe ich das thema vergessen aber das macht nichts aufgeschoben ist nicht aufgeschoben alte ost bengalische weisheit so das war mal der massage von für heute auf wiederhören nicht aufgeschoben Vielen Dank.